Und schon wieder der Blick auf die Straßen im FFH Verkehrsservice. 14.51 Uhr haben wir es und jetzt auf der A7 Hannover Richtung Kassel. Zwischen Kassel Ost und Kreuz Kassel Mitte Personen auf der Fahrbahn. Da bitte in beiden Richtungen ganz besonders vorsichtig sein. Gleich im FFH Mix. Ein absoluter greatest Hit. Jessica Volker mit How will I know who you are? Und ein angesagter aktueller Hit aus dem Jahr 2024 tatsächlich. Wahnsinn. Ja, so aktuell ist der. Der guckt mal an, dass wir auf der A7 MFM nichts haben. Von Purpose ist nur Maschinen und noch ganz vielen anderen. Honey Boy spielen wir noch vor 15 Uhr. Bist du jetzt fertig Marvin? Können wir jetzt endlich... Ja, bin ich. Riesige Auswahl bei Hebeisen Küchen. Jetzt viele hochwertige Musterküchen bis zu 80% reduziert. Hebeisen... Das FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Frankfurter Waffenverbotszone soll wachsen. Deutschland schließt iranische Konsulate. Das Wetter. Wolkig bis 15 Grad. Das Wichtigste. Jetzt und 5 vor 3. Ich bin Peter Tossan. Guten Tag. Frankfurt will die Waffenverbotszone ausweiten. Ab Dezember soll sie dann auch im Party-Hotspot als Sachsenhausen gelten. Dankeschön. appliciert. �